herzlich willkommen auf meinem kanal grüßt euch hier ist lande ich möchte euch mitnehmen auf meine reisen möchte euch meine bilder meine eindrücke und meine erlebnisse schildern ich wünsche euch damit sehr viel spaß wenn es euch gefällt lasst mir bitte einen daumen da darüber würde ich mich sehr freuen liebe grüße euer lande sehr oft bin ich auch mit meiner frau andrea unterwegs hier sind wir in italien hier sind wir in rom und hier sind wir auch in italien und hier sind wir in kreuzchen viel spaß mit den schönen bildern i will tell them what i'm feeling forevermore i don't care about the feelings not anymore so let's show them let's show them that love is pure no matter Vielen Dank.